GST, ATM, PAYG, TFN, ABN und EOFY. Wenn du nur eine dieser Abkürzungen in Australien nicht kennst, hast du schon ein Problem. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Die australische Sprache ist voll mit Abkürzungen, vor allem Akronymen und solche Abkürzungen, bei denen eben ein neues Wort gebildet wird, in dem die Anfangsbuchstaben oder Silben mehrerer Wörter zusammengesetzt werden, darum geht es heute. Und egal ob ihr als Expert, als Tourist oder Auswanderer in Australien seid, ihr kommt nicht umhin, wenigstens die wichtigsten dieser Akronyme zu lernen. Legen wir also los und beginnen gleich mit dem Bereich Geld und Finanzen, denn ohne eure Finanzen im Griff zu haben, werdet ihr es hier nicht lange durchhalten. Da fällt mir zunächst der ATM ein, ein Begriff, der auch in anderen Ländern verwendet wird, Automatic Teller Machine, nichts anderes als ein Geldautomat und egal bei welcher Bank ihr seid, ein Schild mit der Aufschrift ATM weist euch erstmal den Weg. Findet ihr keinen ATM, aber wollt trotzdem euch einen Frappuccino mit extra viel Latte im Kaffee kaufen, dann braucht ihr einen Laden, der F-Post anbietet. Kleiner Spoiler, das tut fast jedes Kaffee in Australien, denn F-Post, das steht einfach für Electronic Fund Transfer at Point of Sale und das heißt nichts anderes als, dass hier Kartenzahlung akzeptiert wird. Gibt es F-Post, dann könnt ihr mit der Karte oder mit dem Handy zahlen. Auch im Bereich Finanzen fällt das ATO, das Australian Taxation Offeness, also das Finanzamt und die TFN, die Tax File Number ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig. Das ist nämlich eine eindeutige Identifikationsnummer, die vom ATO ausgestellt wird und für alle steuerlichen Angelegenheiten verwendet wird. Ebenso wichtig ist auch die ABN, die Australian Business Number, eine Art Gewerbenummer. Die braucht ihr, wenn ihr in Australien selbstständig oder als Subunternehmer tätig seid. Wer neu in Australien ist, der muss auf jeden Fall sich sofort die TFN holen, denn Arbeitgeber dürfen einen gar nicht ohne diese Nummer einstellen. Und das könnt ihr tatsächlich online machen. Bevor ihr hier ankommt, Link zu der entsprechenden Seite auf der ATO-Website habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Weiter geht's aus dem Bereich Geld. Die GST ist die Good and Service Tax. Die australische Mehrwertsteuer und die liegt bei 10% oder bei 0% ganz anders als in Deutschland. Für dich persönlich relevant kann auch das PAYG sein. Das steht für Pay As You Go und hier geht's um die Einkommenssteuer. Das ist einfach das Prinzip, das man aus Deutschland auch kennt, dass der Arbeitgeber einen Teil des Gehaltes einbehält und man zahlt seine Steuern eben auf diese Art und Weise direkt, damit man nicht einmal am Ende des Jahres seine Steuern auf einmal zahlen muss. Apropos Ende des Jahres, EOFY, das ist das End of Financial Year, das Ende des Steuerjahres, das in Australien Ende Juni ist. Da gibt's dann vorher oft viele Rabattaktionen in den Geschäften, damit man nochmal auf den Putz hauen kann und nach dem Ende des EOFYs dann seine Steuerrückzahlung bekommt. Last but not least möchte ich die LOC erwähnen, die Line of Credit. Das bezieht sich auf das in Deutschland sehr seltene Konzept, dass deine gesamte Hypothek für dein Haus oder deine Eigentumswohnung ein gigantischer Überziehungskredit ist, bei dem du jederzeit Geld rausziehen oder Geld hinzufügen kannst. Praktisch, aber natürlich auch risikoreich, wenn man es mit dem Sparen nicht so hat. Genug über Geld geredet, wir bewegen uns jetzt in das Thema Straßenverkehr. Da fällt mir zunächst der RACQ ein, das ist der Royal Automobile Club of Queensland und das ist einfach ein Automobilclub wie der ADAC auch in Deutschland. In anderen Bundesstaaten gibt's ähnliche Clubs wie zum Beispiel den NRMA in New South Wales oder den RACV in Viktoria. Der leistet eben Pannenhilfe und holt dich gegebenenfalls auch im Outback mal ab, wenn du auf den Schotterpisten auch dein zweites Ersatzrad kaputt gefahren hast. Kommen wir jetzt zur JUT, diese Abkürzung habt ihr als Australien-Fans vielleicht schon mal gehört. steht für Utility Vehicle und das ist das, was man in Deutschland Pickup nennt. Und wenn man es auch genauso schreibt, sprecht es bitte nicht wie den deutschen Frauennamen aus. Niemand weiß in Australien, was eine Ute ist. Und wenn du Ute heißt, dann würde ich dir vorschlagen, einen anderen Namen zu verwenden. Das ist übrigens in Australien nicht schwer. Mehr zum Thema Namensänderung findet ihr in meinem Video zum Thema Jobsuchen und Finden. Bleiben wir noch bei Autos REGIO. Das ist auch kein Akronym, es ist eine Abkürzung und zwar für die Kfz-Zulassungsgebühr und die Kfz-Steuer in einer Zahlung. Kommt ihr nicht umher und man sollte auch nicht vergessen, diese Zulassung regelmäßig zu verlängern. Denn das vergisst man leicht, vor allem wenn man rumreist und die entsprechende Post in irgendeinem Hostel landet, wo man schon seit sechs Monaten keine Baked Beans mehr in sich reingeschaufelt hat. Und dann sind 500 bis 1500 Dollar Strafe fällig. Und da viele Polizeiwagen in Australien so 360 Grad Nummernschild-Scanner auf dem Dach haben, die immer aktiv sind, bye bye Datenschutz, da ist das Risiko schnell erwischt zu werden leider auch sehr groß. Ist mir auch schon passiert, super ärgerlich und auch in meinem Fall hat es mit dem Umzug und der Postzustellung zu tun. Auf vielen Autos seht ihr hinten in der Heckscheibe ein Schild auf dem P oder L steht. Das steht für Probationary oder Learner, was darauf hinweist, dass der Fahrer entweder eine Probezeit absolviert oder sich noch im Lernprozess befindet und daher bestimmte Einschränkungen beim Fahren hat. Und wenn ihr mit anderen Adressen austauscht, dann stellt ihr schnell fest, dass jede Straßenart ihre eigene Abkürzung hat. Kein Akronym, aber anfangs auch verwirrend. H-W-Y für Highway, S-T für Street, C-T für Court, R-D für Road, A-V-E für Avenue, C-C-T für Circuit, C-R-E-S für Crescent und so weiter und so fort. Dieses System wird so radikal durchgezogen, dass man in manchen Adressformularen den Namen der Straße einträgt und dann in einem separaten Dropdown-Feld eins dieser Suffixe auswählt. Weirde Straßennamen, wie man sie in Deutschland hat, irgend sowas wie Mäusegatt oder Tangabucht, Knochenmühle, die gibt es hier nicht. Das ist relativ standardisiert. So, beim nächsten Themenblock geht es um Studium, Alltag und Visum. Zunächst kommen wir zum HEX, H-E-C-S, dem Higher Education Contribution Scheme. Das ist ein System zur Finanzierung von Hochschulausbildung durch Studiengebühren, das von der Regierung entsprechend unterstützt wird. Das ist halt eigentlich ein Studentenkredit. Und wenn ihr euch abends nach einem langen Unitag auf der Couch einrollt, um auf YouTube-Videos zu bingen, dann spielt das NBN eine große Rolle. Das steht für National Broadband Network, das landesweite Breitbandnetzwerk, das für schnelles Internet in Privathaushalten und Unternehmen sorgt. Und wenn du Rugby-Spiele streamst, dann wirst du schnell auf die Abkürzungen der Bundesstaaten treffen, nämlich VIC für Victoria, NSW New South Wales, QLD Queensland, THS Tasmanien, ACT, das Australian Capital Territory, NT, das Northern Territory, WA, Western Australia oder SA für South Australia. Das taucht natürlich auch in den Adressen auf. Wenn man eine Adresse in Australien schreibt, schreibt man immer erst den Stadtteil, nicht die Stadt, sondern den Stadtteil, dann den Bundesstaat und dann eine vierstellige Postleitzahl. Wenn du es in Australien einfach nur gut findest, dann kreist vielleicht die PR über deinen Schultern wie eine hoffnungsgebende Regenwolke über einen Wüstenwanderer. Und die PR, die ist nichts anderes als eine Permanent Residency, also der Status einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung für Nicht-Australier. Und für alle, die hierher kommen und bleiben wollen, ist das so der erste richtig, richtig große Milestone. Alle arbeiten auf ihre PR hin. Kein guter Weg, seine PR zu bekommen, ist es aber, ein UMA zu sein. Ein Unauthorized Maritime Arrival. Denn als Nicht-Visumshalter, der einfach per Boot ankommt, da wird man hier sofort wieder abgeschoben. So, kommen wir zum Thema Shopping. Ich kaufe gern im Opshop ein. Das steht für Opportunity Shop. Und das ist einfach ein Secondhand-Laden. Gibt es hier wirklich an jeder Ecke. Viele große Ketten von Secondhand-Laden. Es ist auch absolut gesellschaftlich akzeptiert, da einzukaufen. Ein beliebtes Hobby, je nach trendigen Schnäppchen oder nach Vintage-Artikeln zu stöbern. Absolut heißer Tipp für jeden, wenn man günstig Gegenstände für den Haushalt braucht oder ein paar Klamotten oder Camping-Ausstattung. Wenn ihr neu hier seid und euch mit wenig Geld gut einrichten wollt, dann geht in diese Secondhand-Shops. Einfach nach Opshop auf Google Maps gucken. Ihr werdet wahrscheinlich fünf oder sechs in eurer Nachbarschaft finden. Und da kann man schon ganz schön viel erledigen, ohne zu viel Geld auszugeben. Wenn ihr in normale Läden geht, dann seht ihr neben Preisschildern oft die Angabe RRP. Bei RRP handelt es sich um den Recommended Retail Price. Das ist einfach die UVP, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Und wenn ihr gebrauchten Kram online kauft, dann seht ihr da oft die Formulierung O&O hinter dem Preis. O&O heißt Our Nearest Offer. In Deutschland würde man also sagen auf Verhandlungsbasis. Wenn ihr also die Pole-Dancing-Stiefel, nach denen ihr lange gesucht habt, endlich bei Facebook Marketplace gefunden habt und da steht O&O hinter dem Preis, dann schreibt ihr einfach, was letzte Preis. Nein, stopp, halt. Wir sind hier nicht bei Ebay-Kleinanzeigen. Und Höflichkeit wird auch bei solchen Messages in Australien sehr groß geschrieben. Also gebt euch Mühe und schreibt den ganzen Satz, wenn ihr online irgendwas gebraucht kaufen wollt. Okay, freut ihr euch schon auf eine Shopping-Tour, aber im Schaufenster hängt ein Schild mit der Aufschrift BRB und die Tür ist zu, dann bedeutet das einfach Be Right Back. Da ist also jemand in ein paar Minuten wieder zurück und hat seinen Laden in der Zeit kurz zugemacht. Das ist gar nicht so selten. Und letzter Punkt zum Thema Einkaufen und Shoppen ist die TNCs, die Terms and Conditions. Und dahinter verstecken sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also das Kleingedruckte, das eh niemand liest, in dem aber all die wichtigen Dinge stehen, vor allem, wenn man sein Geld nicht zurückbekommt, wenn der Artikel dann doch große Scheiße ist. Auch schön und sollte man unbedingt kennen, in Cafés, Bistros, Restaurants, die BYO anbieten, darf man seinen eigenen Alkohol mitbringen. Bring your own. Allerdings muss man die Flaschen am Eingang abgeben und man bekommt sie dann serviert. Und das ist auch nicht umsonst. Man zahlt dafür eine Gebühr, üblicherweise zwischen 25 Dollar. Lohnt sich also nur unter Umständen, wenn man zum Beispiel wirklich seinen absoluten Lieblingswein trinken möchte. Und kein Alkohol in Restaurants bringen, die eine eigene Alkoholizenz haben. Darauf stehen Strafen zwischen 500 und 5000 Dollar. Kann man vermeiden, indem man sich vorher informiert. Was fällt mir noch ein? ASAP, ASAP, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Deutschen, as soon as possible, schreibt und sagt man auch genauso. Also, please finish this task ASAP. Bitte beende die Aufgabe schnellstmöglich. AKA heißt also known as, verwendet man, wenn etwas unter einem anderen Namen bekannt ist. Und der RSPCA, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich in Australien für den Schutz und das Wohlergehen der Tiere einsetzt. Das steht für Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, also so eine Art bundesweiter Tierschutzverein. Viele Tierheime werden in Australien vom RSPCA geführt und hier könnt ihr Tiere adoptieren, gefundene Tiere abgeben oder auch ehrenamtlich aushelfen. So, ihr wisst sicherlich, dass die Australien ihre Uhrzeiten in 12-Stunden-Rhythmen angeben. Hier muss man also wissen, AM steht für den Morgen, also Mitternacht bis 12 Uhr mittags, PM für 12 Uhr mittags bis Mitternacht. Sollte man nicht verwechseln. Und ganz wichtig auch, dass eben Mitternacht 12 AM ist und der Mittag 12 PM. Ich habe das früher irgendwie immer verdreht und gedacht, das ist genau andersrum. Und ja, es macht Sinn, das am Anfang einmal zu verstehen. Weitere wichtige Akronyme, da haben wir zum Beispiel die STDs, das sind die Sexually Transmitted Diseases, also sexuell übertragbare Krankheiten. Und wir haben TMI für Too Much Information. Das heißt zum Beispiel, wenn dir jemand etwas über seine STDs erzählt, dann kannst du einfach sagen TMI. DIY, das steht für Do-It-Yourself, bezieht sich auf die Praxis, Dinge eigenständig zu tun oder zu erstellen, ohne professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. DIY-Projekte können viele verschiedene Bereiche umfassen. Handwerk, Reparaturen, Renovierungen, Kunsthandwerk, Gartenarbeit und so weiter. Oft mit nicht so guten Ergebnissen in Australien. Aber sie versuchen es trotzdem. Und das ist ja auch in gewisser Hinsicht sehr ehrenswert. So, das war es für heute. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Sache für euch mitnehmen. Fallen euch noch weitere Akronyme oder Abkürzungen allgemein an? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Und auch wenn ihr Anregungen und Wünsche für weitere Videos habt, bitte hinterlasst einen Kommentar. Das hilft mir dann mehr Content zu produzieren, der euch bei eurem Australien-Projekt auch wirklich weiterhilft. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.